Damit gelangen wir zur dritten Anfrage des Abgeordneten Dr. Hübner. Frau Präsidentin, Herr Minister, ich glaube, wie Ihre letzte Antwort auch zur Sache Russland gezeigt hat und Sanktionen, gibt es einen großen Graben zwischen dem, was in Österreich intern verkündet wird oder bilateral mit Partnern wie etwa Russland gewertet wird und dem, was auf europäischer Ebene dann getan und in welcher Weise das Stimmrecht verwendet wird. Da ist jetzt nicht allein die Russland-Sanktion typisch, wo man Russland gegenüber immer sagt, man ist dagegen, wo man intern sagt, das ist schädlich und das wollen wir eigentlich nicht und das bringt nichts, wo man aber auf europäischer Ebene dann immer zustimmt und im Nachhinein sagt, wir können nichts tun, weil wir europäisch solidarisch sein müssen. Ähnlich verhält sich es mit TTIP, wo es ganz klar ist, dass Österreich dieses Abkommen nicht unterzeichnen wird, weil bereits alle Präsidentschaftskandidaten gesagt haben, sie werden es nicht ratifizieren. Auch hier im Inland nein, auf europäischer Ebene kein Ansatz dazu klarzustellen. Kinder vergesst das, weil Österreich wird es jedenfalls nicht ratifizieren. Sie müssen jetzt die Frage formulieren. Das Problem mit dem Türkei-Beitritt, wo die meisten relevanten Kräfte im Inland sagen, nein, aber auf europäischer Ebene fehlt eine Disposition und eine Klarstellung, wir werden nicht beitreten. Daher meine Frage, Herr Minister, wie werden Sie auf europäischer Ebene gegen einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union sich einsetzen, zumal die Türkei nach wie vor weder demokratiepolitisch noch bei der Einhaltung von Grund- und Freiheitsrechten dem Niveau der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entspricht? Herr Bundesminister. Grüß Gott, Herr Dr. Hübner. Vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst einmal ein paar Worte zu Ihrem Seitenhieb auf die europäische Politik oder die österreichische Rolle in Europa. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob man europäische Politik mitgestalten möchte, das auch tut und auch zur Kenntnis nimmt, wenn es andere Mehrheiten gibt, oder ob man bei jeder Frage seine Vetomöglichkeit auf den Tisch legt. Ich glaube, dass es schwierig wäre, bei jeder Frage sofort mit einer Vetodrohung in die Diskussion einzusteigen, weil das zerstört das europäische Projekt. Insofern verfolgen wir unsere Positionen, die wir im Inland artikulieren, zumindest ich tue das, auch auf europäischer Ebene sehr klar. Und ich habe mich gerade, was die Russland-Frage betrifft, sehr stark dafür eingesetzt, auch Partner zu finden, die eine ähnliche Sichtweise haben wie wir. Wir sind auch froh, dass diese Gruppe immer größer wird, die sagen, wir wollen nicht ein Gegeneinander und einen Konflikt, sondern wir wollen ein Aufeinander zugehen und wir wollen am Ende des Tages Frieden. Aber, auch ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und wie das so ist in der Europäischen Union oder im Parlament oder in anderen Institutionen, gibt es am Ende des Tages Mehrheitsmeinungen oder eben auch nicht. Dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, man hätte auch die Möglichkeit, einen Beschluss zu Fall zu bringen mit nur einer einzigen Stimme, das ist schon richtig. Die Frage ist nur, wie geht es dann mit dem europäischen Projekt weiter. Zu Ihrer Frage, was die Türkei betrifft, eine ganz klare Meinung, Beitrittsverhandlungen heißen nicht Beitritt und das ist auch gut so. Die österreichische Linie ist hier klar, es muss eine Volksabstimmung vor einem etwaigen Beitritt der Türkei geben. Und diesen Beitritt, den sehe ich noch lange nicht. Insofern, glaube ich, sehe ich auch noch lange nicht die Notwendigkeit für eine Volksabstimmung. Aber ich stehe klar dazu, wenn wir je in diese Situation kommen würden, dann braucht es die Volksabstimmung. Zusatzfrage? Herr Minister, jetzt ist ja ein Abkommen, ein Rücknahmeabkommen gemacht worden, das mit der Türkei von 2016 und dieses Abkommen sieht ja im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich bei anderen Rücknahmeabkommen anstreben sollten oder auch anstreben werden, vor, dass man für jede Rücknahme einen Einwanderer aufnimmt. Also ein quasi Abkommen, in dem die Masseneinwanderung legalisiert wird, abhängig davon, wie viele illegale Einwanderer ein Land über die Grenze schickt. Halten Sie angesichts der demografischen Situation in Österreich, angesichts des Umstandes etwa, dass wir im vergangenen Jahr fast 100.000 Asylwerbe gehabt haben, 100.000 sonstige Einwanderer und etwa 80.000 Geburten, also hier eine massive Änderung unserer Bevölkerungszusammensetzung sehen. Halten Sie ein solches Abkommen für sinnvoll und werden Sie das weiter unterstützen? Herr Bundesminister. Es kommt darauf an, ob es umgesetzt wird. Wenn das umgesetzt wird, was derzeit vereinbart ist, nämlich dass für jeden illegalen Zuwanderer, der sich auf den Weg macht, ein anderer aufgenommen wird, dann glaube ich, dass das sehr, sehr wenige sein werden. Denn ich glaube nicht, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die so selbstlos sind, dass sie einen teuren Schlepper bezahlen, sich auf den Weg nach Griechenland machen, dann wieder zurückgestellt werden, damit ein anderer Syrer, den Sie weder kennen, noch mit dem Sie je etwas zu tun hatten, nach Europa kommen darf. Ich glaube, dass das ein Modell ist, das eigentlich dazu führt, dass sich so gut wie gar keiner mehr auf den Weg macht, wenn es umgesetzt wird. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Dietrich. Meine Frage, geschätzte Frau Präsidentin, Herr Minister, bezieht sich dann auf die Quoten. Dann kommt eine gewisse Anzahl dieser legalen Flüchtlinge aus der Türkei in die EU. Gibt es schon konkrete Vereinbarungen mit Quoten? Sind andere Länder bereit? Gibt es tatsächliche Zusagen, legale Flüchtlinge aufzunehmen? Und zwar meine Frage im Hinblick auf die Wiesegradstaaten. Herr Bundesminister. Frau Abgeordnete, entsprechende Vereinbarungen gibt es da meines Wissens nach noch nicht. Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Heinzel. Herr Bundesminister, mich würde interessieren, wie Sie aktuell die Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei beurteilen, insbesondere in Bezug auf die Kurden. Herr Bundesminister. Ja, ich sehe mit großer Sorge die Entwicklung der Situation der Kurden in der Türkei. Es gab hier einige Jahre doch eine sehr positive Entwicklung, auch sehr gute Gespräche zwischen Kurden-Vertretern und der Regierung. Es gibt jetzt eine deutlich schlechtere Entwicklung und insofern tun wir auch alles, um unsere Kanäle zu beiden Seiten zu nutzen, um hier auch zu einem besseren Miteinander aufzurufen. Vielen Dank. Vielen Dank.